Hey, ich bin's, Philipp Loringhofen und dieses Jahr auf dem Marketing Analytics Summit will ich mit euch diskutieren, wie setzen wir eigentlich sinnvoll ein Media-Mix-Model um? Welche Technologien gibt es da draußen eigentlich und wie unterscheiden die sich? Dadurch, dass ich ja in meiner Arbeit als Freelancer in einige Media-Budgets reinschauen darf und in einige Marketing-Strategien, habe ich da so ein paar Sachen gesehen, worauf man achten sollte. Also, wir schauen uns an Robin von Meta. Wir schauen vielleicht schon auf das neue Modell von Google oder auf Lite-MMM. Wir schauen in PyMC und mal gucken, ob ich noch irgendwas Kleineres anders mitbekommen bin. Drei bis vier Modelle, was sind die einzelnen Unterschiede, worauf sollte man achten, wenn man sich in-house sein Media-Mix-Model aufbaut. Ich freue mich mega auf die Diskussion mit dir. Bis dahin. Ciao, ciao.